Musik Spekulationen nach Anschlag auf jüdische Schule Kommt jetzt der französische NSU? Toulouse Am Montagmorgen kam es vor einer jüdischen Schule im französischen Toulouse zu einem Blutbad. Ein bislang völlig unbekannter Attentäter erschoss dabei Medienberichten zufolge drei Kinder und einen Lehrer. Außerdem wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt. Nach der Tat soll der Täter auf einem Motorroller geflüchtet sein. Inzwischen steht fest, dass bei dem Massaker die gleiche Waffe benutzt wurde, mit der in der vergangenen Woche in der Region bereits ein Soldat erschossen worden war. Wenige Tage später wurden dann in Montabarn zwei weitere Soldaten erschossen und ein dritter schwer verletzt. Bei den Soldaten soll es sich um Afrikaner bzw. Nordafrikaner handeln. Unterdessen wurde in der betroffenen Region die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Jüdische und islamische Einrichtungen wurden unter besonders hohen Schutz gestellt. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy sprach nach dem neuerlichen Anschlag von einem offensichtlich antisemitischen Motiv. International löste der Angriff auf die jüdische Schule eine Welle des Entsetzen aus. An allen französischen Schulen wurde eine Schweigeminute durchgeführt. Obwohl der Täter nach einvernehmlichen Zeugenberichten stets auf einem Motorroller unterwegs ist, wurden selbst im 6000 Kilometer entfernten New York die Sicherheitsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen verstärkt. Trotz des Fehlens jeder konkreten Spur üben sich nun insbesondere bundesdeutsche Medien in Spekulationen, wonach der Täter aus einem rechtsextremen oder rassistischen Motiv gehandelt haben soll. So scheint für den Fokus bereits festzustehen, dass es sich bei dem Täter um einen Neonazi handeln muss, da vor vier Jahren einige Soldaten des 17. Fallschirmjägerregiments den Hitlergruß gezeigt hätten und daraufhin entlassen wurden. Auch die vermeintlich seriöse Tagesschau sprach auf ihrer Internetausgabe in einer Überschrift bereits von rechtsextremen Anschlägen. Kurze Zeit später wurde der Text dann abgeändert.